Das ist genauso flüssig mit deinem komischen, mit deiner komischen Softbox. Ich denke, du hast eine. Nee, hab ich nicht. Hast du gerade eben gesagt, hast du mich etwa gelogen oder was? Ja. Kannst du nur. Ja, ich weiß. Fick dich! Wichser! Das wird auch richtig lustig, ey. Oh, Gott. Und du bist die ganze Zeit vor mir in diesem komischen Ding, damit ich hochhüpfe. Und ich muss hochhüpfen die ganze Zeit da. In dem komischen TP-Teil, ey. Ey, du bist ja direkt hinter mir. Hier. Bist du draufgekommen? Geil. Alter, ich sollte vielleicht shiften, ey. Das sind meine Emeralds, ne? Meine zwei. Oh, scheiße, ich hab fünf. Ich hab drei. Kommst du denn an, mich hören, wa? Boah, bin ich schlecht gerade. Komm jetzt. Sehr schöne Map auch hier. Hier in so'n Kasten eingerahmt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Kamerafahrt. Oh, mein Gott. O sport. Wie ist er denn? Oh. Oh. Er ist wahrscheinlich gerade übel sauer, weißt du? Wie kommen wir zurück? Zurück gelaufen. Level 6. Tranquil Park. Challenge 5. Frozen Ground. Tranquil Park. Hier komm, Tranquil Park. Ich würde sagen, ist der letzte heute. Ja. Challenge 6. Tranquil Park. Normal. Acht Stages. Okay. Ich mach so lange meine Musik aus. Ey, wo müssen wir denn? Die Musik, Alter. Ja, er hat's gefunden. Ja, anstatt dass du mal den Checkpoint betitest. Alles klar die Musik, ey. Ich gehe einem gar nicht um den Piss, was? Nein. Ich glaube die, die... ist bei dir die Musik jetzt auch raus? Nö. Loll. Mach mal die Musik nochmal an. Hä? Hä? Der packt bei mir die ganze Zeit von diesem komischen Blatt weg. Oh, ich weiß, wer jetzt... Oh, das wird noch richtig bitter. Das wird noch richtig bitter. Alter. Ich bin so schlecht gerade. Äh, du ziehtest dir eine andere... äh, Dingens. Ja, warte. Du darfst noch nicht anfangen. Und warum? Fragst du dich das jetzt gerade? Ja, weil... Jetzt darf ich anfangen. Weil du scheiße bist, du Wichser. Weißt du das? Weil ich geil bin, oder was? Hast du gesagt? Nee, weil du scheiße bist. Kann mit dir nichts machen. Ich bin... Ich bin runtergesprungen. Seh ich. Guck mal hinter dir. Challenge 20. Uh. Alter, wie die Samen aussehen. Ey, du darfst dir nichts jetzt schicken. Habe ich nicht. Ah, ich bin fast tot. Ja, wenn du mich mit einem Diamantschwert hier abwirfst... Äh, da abwirfst. Ja, dann nee, das ist gegen die Regeln. Dann hättest du sowieso die Challenge schon mal anfangen müssen. Ah, wie es hier aussieht, ey. Lass sie zum Ende mal in die Luft springen. Klar, das ist im Map. Ich hab gar nicht viel Arbeit gemacht. Ja. Fick dich hart. Aber so richtig von hinten. Ich warte jetzt, bis er durch ist, ey. Oh Mann, ey. Du bist echt schlecht. Weißt du das? Ja, wenn du mich die ganze Zeit schlägst, kann ich auch nicht besser sein. Wirklich. Was erwartest du da? Ja, dann musst du halt mal wirklich warten. Ja, du bist auch nicht immer bevorteiligt hier, ey. Wirklich. Wirklich. Wirklich immer, ey, ich bin der Bessere, ey. Ich bin der mit den mehr Abonnenten. Ich bin der mit den höheren Klickzahlen. Ich bin der Famere von uns beiden. Also. Uh. Mhm. Das war jetzt ein... Aus Versehen, ja. Ne, das war ein Erziehungs... Das war ein Erziehungsschlag. Ja, du bist derjenige, der erzogen werden muss, ey. Du schlägst mich hier die ganze Zeit. Du bist hier der, der die ganze Zeit rumschlägst, du Wichser. Wie stimmt das? Oh mein Gott, ey. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt hier unsere eigene Adventure-Map an. Oh, wie geil, ey. Meine Fresse, bist du schlecht, ey. Deine Mutter ist schlecht, du. Du bist die ganze Zeit so behindert. Du schlägst mich die ganze Zeit und wunderst dich, dass ich die ganze Zeit runterfalle. Fick dich, wirklich. Fick dich, du schlägst mich hier die ganze Zeit, dann kannst du mich zumindest nicht mehr schlagen. Fick dich, du schlägst mich hier die ganze Zeit, dann kannst du mich zumindest nicht mehr schlagen. Ich schlag dich hier auch nicht. Ja, warum machst du es denn nicht? Ja, weil das mir nichts bringt. Du perfekter Hurenjoke. Fick dich einfach, du Wichser. Oh Gott, ey. Göttlich. Lol. Ach, nee, ey. Loll. Oh, scheiße. Da bin ich mit STRG und SHIFT durcheinander gekommen. Jo. Auf jeden Fall. Erst mal bei Skype gucken, wer hat mir geschrieben. Ja, mir hat auch irgendjemand geschrieben. Ach Gott. Habe alles klatschen gehört. Hast du ein dicker Lümmel, der aus der Hose gefallen ist oder was? Genau. In der Facecam natürlich. Ja. Ja. Oh, ich kann doch nicht losspringen. Doch, hier, jetzt mach den scheiß Checkpoint auf. Wie erwartet einfach nur, dass ich schon mal vorspringe, weißt du? Ich kann aber auch nicht gut sein, wenn du mich die ganze Zeit schlägst. Ja, jetzt bin ich aus dem Konzept, ey, weil du mich die ganze Zeit fertig machst. Ja. Ich sag hier nur die Wahrheit. Ich muss hier ne Taste benutzen, ne? Das heißt, ich darf dich von hier aus noch schlagen. Ich gebe Kreativ-Modus. Ich bin nicht im Kreativ-Modus. Ja, schön. Ich muss den Checkpoint aufmachen. Ich habe die Challenge bereits beendet. Ja. Genau. Fick dich. Ah, fällt dir sowieso. Was? Meine Mutter. Alter, wo muss ich jetzt hin? Oh Gott, ich sitze hier auch völlig falsch, ey. Ich sitze hier ganz angenehm. Das meine ich. Achso, ich war ja auch dumm. Ja. Schlägst mich erst runter und dann fällst du selber, ey. Ja, ich bin... Dulli einfach nur. Um sich Platz zu machen, anstatt zu warten. Nein. Warten, sowas hat der noch nie gehört. War mal mit dem Heidepark-Jungen, der drängelt die ganze Zeit vor. Ja, normal, und? Ich meine, wenn Leute stehen bleiben und du vorbeigehst, okay, aber wenn man... Wieso? Meine Eltern waren ja vorne. Drei rein? Drei rein? Mal eben so 30 Minuten eingespart, würde ich mal sagen. Oder... Nee, wo war die Schlange noch? Bei zwei Stunden noch was, ne? Ja. Ihr steht da erst mal an, ich fünfmal Screen gefahren, weißt du so. Ja. Wie ein Player mitmacht. Ey, ganz kurz mal. Darf ich mal ganz kurz hier... Ich will eine Sache nur machen. So. Das reicht schon. Ich wollte nur, dass ich hier die Platte neu einlegen kann. So. Oh mein Gott. Alter. Junge, Junge. Ja. Wo geht's dann? Nein, da. Okay. Er wird das nie lernen. Ja, warum denn auch? Der kleine Bengel. Warum hast du jetzt so eine behinderte Schallplatte an? Ja, wieso? Die ist so cool. Die ist geiler als die gerade eben. Nee, ich fand diese... Smoothigere. Smooth? Ja, Bruder. Alter! Ach Gott. Ich hoffe, wenn du durch bist. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass 30 FPS ruckeln, ne? Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass 60 FPS nicht ruckeln. Ja, wow, hast du 60 FPS. Ja. Ich hab die ganze Zeit. Ach, das stimmt. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl, dass du mal so viel Lust mehr hast.